Das ist Wahnsinn. Wir sind hier nicht sicher. Wir müssen weg. Captain! Sucht ihr nach mir? Willkommen in China. Ada! Halt! Uns bleibt keine Wahl. Es muss sein. Er würde dasselbe für uns tun. Ich hasse diesen Gegner. Der nervigste Gegner in ganzem Spiel. Da ist der Flattermann. Nein! Oh komm! Nicht! Nicht! Ah, geht doch. Richtig schlimm die Gegner. Ich hasse die. C4! Das ist aber keine normale Wache. Nur zu Zympo. Das ist ein Item. So! Munition sieht auf jeden Fall besser aus als am Anfang. Und hier haben wir noch ein paar Kissen mit Granaten, Fähigkeitspunkten, die wir immer noch nicht gebrauchen können. Noch ein bisschen Munition. Und dann machen wir auf hier. Chris, wir müssen Ruhe bewahren. Nach allem, was sie uns angetan hat, wie viele unserer Männer sind draufgegangen wegen diesem Miststück? Sie haben ja recht, Captain. Aber ihr persönlicher Rachefeldzug bringt uns nicht weiter. Wenn sie nicht blind vor Wut gewesen wären, wären nicht so viele Männer draufgegangen. Halt den Mund. Geht es ihnen überhaupt noch um unsere Mission? Halt den Mund! Wir tun die Männer leid, die gestorben sind, weil sie an sie geglaubt haben. Was ist los mit dem legendären Chris Redfield, hä? Was ist mit ihnen los? Gut, dass Finn nicht sehen kann, was aus ihnen geworden ist. Ich werde mir Ada vorknöpfen. HQ, hier Alpha Leader. Wo befindet sich Ada Wong? Ich komme mit. Jemand muss auf sie aufpassen. Ob sie wollen oder nicht. Krasse Auseinandersetzung, aber Pierce hat recht. Hier HQ. Wir haben die Position für sie. Ada Wong hat die Stadt verlassen und bewegt sich nach Süden zum Hafen. HQ an alle Teams. Ada Wong wurde gesichtet. Sie bewegt sich nach Süden zum Hafen. Wir wollen sie lebend. Wenn sie mir folgen wollen, gut. Aber kommen Sie mir nicht in die Quere. Solange Sie die Regeln einhalten, gibt es keine Probleme. Ada spielt nur mit Ihnen. Wann erkennen Sie das endlich? Ich bin nicht so dämlich, auf Sie reinzufallen. Sie sollten Ihrem Käpt'n etwas mehr zutrauen. Sie sind schon auf Sie reingefallen. Ich hasse diese Stelle. Das meine ich. Genau das habe ich. Und dann jetzt die ganzen... Oh nö. Nö. Jetzt haben wir die Heuschrecken-Dingenskirchen wieder da. Und die... äh, haben Sniper jetzt ausgerustet. Vollschnorkel. Weil wir hätten da rüber gemusst, wie ich gerade. Ich wünsche ich jetzt auch mal eine Sniper so langsam, ey. Na, ist das eine Munitionverschwendung? Wir gucken einfach, dass wir schnell rüberkommen. Und jetzt habe ich die Orientierung komplett verloren. Das fuckt einen überhaupt nicht ab. Oh, jetzt muss der auch noch mutieren, oder was? Warum habt ihr alle Sniper? Und ich nicht. Holy shit, holy shit, holy shit. Nein, 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 nein schnell 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 das macht was da die gmw nicht schneller jetzt schauen das ist gut ich bin den richtigen kreuzfeuer was sollen wird wieso habt ihr alle sniper waffen denk pierce hat eine sniper warum macht er nicht tot ja wie komme ich darauf mal so nebenbei muss ich überhaupt hin nicht dass man so eine frau umbringen könnte es wäre sehr sehr nice darüber schneller 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 kristin noch eine küste hätte ich habe die sniper irgendwo liegen gelassen und finde sie hat sie deswegen nicht reißen sie sich zusammen der heli greift uns gleich an mal klasse wir sitzen auf dem präsentierteller entdeckung ja lauf schneller 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 das kann auch nicht wahr sein oder weg weg mich doch bewegung schneller 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 oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott die gegner neff meinen überhaupt nicht wir müssen zu dem gebäude oh ja das müssen wir ansonsten heißt gleich goodbye für uns ansonsten heißt slash goodbye für uns ansonsten heißt slash goodbye für uns alpha an HQ Ada Wong gesichtet startenverfolgung hier HQ uh Ada Wong wurde am Kanal gesichtet Charlie und Delta Team Sicherheitsziele und Ku Chang bilden ach Pierce ey warum musst du jetzt so weit hinten hängen wobei wir können den Heli runter holen klar mit was denn bitte ok damit erledigt sich meine Frage wenn nur diesen nervigen Gegner hier nicht werden ach jetzt ist er schon so schnell down nee 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 alter alter dann los der ist so Ada geil der Typ der will ja noch was von mir also sehr gute layer und nämlich ein Problem ja ihr habt natürlich ein Team gelassen sie ist hier ganz einfach weil ich es gerade kann und keiner von denen hat was fein gelassen trotz äh bonus den wir eigentlich kriegen frustrierend so ein bisschen so ein ganz kleines zwischen mach mal auf mach mal auf mach mal auf